hallo und herzlich willkommen zu diesem sondertermin in unserem kurs mobile apps für android ich darf sie ganz herzlich begrüßen und wie immer gerne auch für sie die möglichkeit kurz hallo im chat zu sagen schreiben sie was nettes rein dann weiß ich dass sie da sind und wir starten gleich was haben wir heute vor wir bauen wieder zusammen eine kleine app und zwar einen lesezeichen manager und ein beispiel von diesem lesezeichen manager werden wir uns heute anschauen wie wir unsere eigene app in das existierende ökosystem in android integrieren können das heißt wie wir zwischen anwendungen zwischen apps hin und her kommunizieren können wir empfangen signale von anderen apps und rufen auch aus unserer app heraus andere apps dann auf bevor wir damit loslegen habe ich ein paar kleine hinweise für sie das betrifft jetzt vor allem die leute die hier bezüglich des vhb kurs ganz offiziell teilnehmen erster punkt vielen dank für die vielen zusendungen für diese freiwillige studienleistung wir schauen uns die ergebnisse im laufe dieser woche an und dann kriegen sie von uns wenn sie da was eingereicht haben zuerst so ein kleines review in form von einem kommentierten quellcode also wir schicken ihnen das zurück was wir von ihnen erhalten haben kommentieren im quellcode selber was uns dazu einfällt positiv und negativ dann können sie sich das in ruhe anschauen und wir würden ihnen dann anbieten dass sie zusätzlich noch mal in so einem eins zu eins gespräch mit uns dann diese kommentare durchgehen machen wir dann über discord machen wir einen termin aus und setzen uns zusammen und besprechen dann noch mal was sie da besonders gut gemacht haben beziehungsweise wo sie vielleicht noch dinge auch verbessern können dann was habe ich noch genau ich habe noch was klausur ist noch ein bisschen hin bis zur klausur also ist jetzt noch fast zwei monate zeit bis wir dann ende juli auch diese online klausur schreiben müssen ich habe ihnen heute trotzdem schon mal ein bisschen was dazu geschrieben wie das ganze ablaufen wird und wie sie sich darauf vorbereiten können und wird sie vor allem darum bitten vielleicht meinen diese probeklausur in den nächsten wochen reinzuschauen damit sie wissen wie das ganze inhaltlich und strukturell aufgebaut ist und ich würde vor allem die leute die nicht an der uni regensburg studieren aber an dieser klausur teilnehmen möchten weil sie sich im vab kurs angemeldet haben die würde ich bitten sich rechtzeitig dann so einen gast hörer zugang zu verschaffen damit sie sich auch in dem e-prüfungssystem dann ende juli ohne probleme anmelden können ich schicke gerne noch mal macht schon jemand anders perfekt vielen dank für den link da finden sie das starter paket und vielleicht kann gegen ende dann auch irgendjemand noch mal die fertige lösung posten letzter hinweis der noch relevant ist jetzt akut ich habe schon im discord geschrieben wir nutzen diesen kurs ganz gerne um auch ein wenig forschung zu betreiben ich interessiere mich ja persönlich auch relativ viel dafür wie man das hier was wir so machen lehre im bereich software engineering verbessern kann und tatsächlich interessiere ich mich nicht nur dafür sondern forsche auch in diese richtung und wir probieren immer verschiedene tools aus oder häufig verschiedene tools aus die wir implementiert haben und von denen wir uns erhoffen dass die ihnen und anderen studierenden bei der arbeit in diesem kurs und den anderen kursen helfen sollen und das funktioniert meistens so dass wir uns die entwicklungsumgebung anschauen also in unserem fall android studio und dann irgendeine kleinigkeit darin ändern oder eine neue funktion ergänzen und damit dann untersuchen ob das vielleicht einen positiven effekt auf die lehre oder die ausbildung im bereich des programmierens ganz grundsätzlich oder der software technik im allgemeinen hat das machen wir in diesem semester auch also könnte ich da auf ein paar interessante ideen gefasst machen und wenn sie möchten können sie uns dabei unterstützen und eigentlich alles was sie tun müssen ist im discord auf den link klicken den ich ihnen da gepostet habe und da werden sie dann zu einer seite weitergeleitet von tim eichinger der in seiner bachelorarbeit genauso ein plugin wie ich gerade beschrieben habe für android studio entwickelt und evaluiert und wenn sie möchten können sie sich dort anmelden und dann an einer studie teilnehmen in der es darum geht sie beim debugging in android studio zu unterstützen wenn sie medieninformatik oder informationswissenschaft studieren an der uni regensburg kriegen sie dafür sogar versuchspersonenstunden gutgeschrieben in verschiedenen staffelungen also sie können da unterschiedlich viele punkte erwirtschaften in dieser studie und wenn sie einer externen oder einer anderen universität oder hochschule studieren und trotzdem teilnehmen möchten gerne also jede alle daten sind willkommen und auch alles feedback ist willkommen und wenn sie möchten schreiben sie mir in discord dann bestätige ich noch gerne dass sie an dieser studie teilgenommen haben und vielleicht können sie damit dann ja sogar in ihrem studiengang versuchspersonenstunden bekommen kann ich nicht versprechen aber ich bestätigen auf jeden fall gerne an was sie dann da am ende teilgenommen haben ok studienleistung oder freiwillige studienleistungen hinweise zur klausur und hinweise zur studie von tim eichinger gerne falls jemand schnell den link griff bereit hat auch noch mal hier in den chat rein posten dann können ja vielleicht sogar die leute die noch keinen zugriff auf unseren discord haben darauf zugreifen der code für diese ganzen plug in ist das um das vielleicht kurz abzubrechen oder abzuschließen ja der ist irgendwann dann schon open source nur solange wie die arbeit noch geschrieben wird ist es immer so semi open source also wenn sie sich ganz so bemühen kommen sie da wahrscheinlich schon hin an den code aber wir veröffentlichen das dann immer wenn die arbeit abgeschlossen ist weil es ist bei einer bachelor arbeit irgendwie so ein bisschen komisch wenn dann theoretisch andere leute zugriff darauf hätten während an der arbeit geschrieben wird weil man dann nicht immer hundertprozentig gut argumentieren kann dass das wirklich alles von einem selber ist also bis in die alt hergeholt aber alles was wir in diese richtung machen finden sie später dann auch auf github und in der ein oder anderen wissenschaftlichen publikation okay dann würde ich sagen fangen wir mal an mit dem was wir heute vorhaben und wie angekündigt würde ich gerne heute mit ihnen ein bisschen mich damit beschäftigen wie man apps im bereich android ineinander verzahnen kann und das funktioniert über die intents die wir schon kennen die app übergreifend auch genutzt werden können und was ich mit ihnen in diesem zusammenhang entwickeln möchte ist eine lesezeichen app ich habe ein bisschen was an folien vorbereitet um ihnen kurz die das konzept von dieser app vorzustellen und dann fangen wir direkt auch mit der implementierung an ganz kurz worum geht es wir bauen am ende so eine app die ist relativ unspektakulär die macht auch relativ wenig die soll vor allem als beispiel dafür dienen zu zeigen wie man eben eine eigene neue funktionalität in form einer eigenen app in bereits existierende abläufe innerhalb der oder innerhalb des android systems integrieren kann und eine sache die wir jetzt machen werden es werden eine alternative anbieten um lesezeichen das konzept kennen sie aus dem browser in der android plattform oder für die android plattform anzubieten das existiert schon im browser keine sorge also auch der chrome browser auf android funktioniert oder unterstützt lesezeichen aber wir bieten so eine zusätzliche funktion an vielleicht mit dem hintergedanken das kennen sie aus anderen lesezeichen managern dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann vielleicht die lesezeichen besser durchsuchbar macht vielleicht checkt wann man die das letzte mal aufgerufen hat also wenn man dann mal so eine app in diesem prozess etabliert hat kann man sich vielleicht auch noch darüber hinausgehende funktionalitäten vorstellen was wir jetzt aber erstmal machen werden ist wir bauen eine app die darauf reagiert dass die nutzer und nutzerinnen aus dem browser heraus seiten die gerade aktuell angezeigt werden teilen also nutzer nutzen eine andere app nicht unsere sondern den browser und teilen aus diesem browser heraus über die entsprechende funktion eine webseite wir fangen das ab wir speichern diese einträge in einer datenbank zeigen die dann auch im user interface an das sehen sie links so angedeutet mit diesen klassischen cards aus dem material design zu jedem lesezeichen das da irgendwie eingegangen ist in unserer webseite und wenn die nutzerinnen und nutzerinnen dann in unserer app auf eine dieser karten klicken dann wird die seite auch im browser angezeigt vor dem hintergrund beschäftigen wir uns dann mit intense und zwar jetzt nicht mehr nur mit intense zwischen zwei activities die wir selber gestaltet haben sondern mit intense die andere funktionalitäten des android betriebssystems nutzen einmal in die richtung dass wir am ende wenn auf einen dieser karte geklickt wird den browser öffnen und die url anzeigen und in die andere richtung natürlich auch dass wir wenn aus dem browser heraus so ein impliziter intent zum teilen einer webseite gestartet wird wir in unserer app darauf reagieren und den verarbeiten wir werden das ganze in der datenbank speichern das heißt wir werden uns nochmal mit room beschäftigen und das ganze wird angezeigt in einem recycler view das heißt diese beiden komponenten adapter auf der einen seite und view holder für die kapselung eines einzelnen eintrags werden dann auch in der implementierung später nochmal auftauchen lassen sie uns ganz kurz schauen wo sich diese app jetzt ganz spezifisch in diesen beschriebenen interaktions ablauf integriert das ist wie gesagt relativ unspektakulär aber wir müssen das einmal durchgehen damit sie so ein mentales modell davon haben was wir jetzt eigentlich implementieren wollen wie gesagt es fängt damit an nutzer nutzer nutzen den browser oder einen browser der auf dem betriebssystem auf der android auf dem android gerät installiert ist und schauen sich irgendwelche webseiten an zum beispiel thematisch passend die developer seite von android und den eintrag dazu wie man denn daten zwischen irgendwelchen apps austauschen kann und das ist so interessant dass wir uns das merken wollen und der erste schritt in richtung unserer eigenen app ist dass die nutzer nutzerin die share funktionen vom android betriebssystem nutzen das kennen sie wenn sie selber android nutzen auf ihrem smartphone sicherlich schon wenn nicht dann haben sie das in den aktuellen vorlesungsinhalten das erste mal gesehen das ist so eine möglichkeit wie sie aus einer app heraus relativ ambig also das funktioniert jetzt nicht nur mit urls sondern theoretisch mit beliebigen daten eine information die sie aktuell in ihrer app haben mit anderen apps teilen können sie können bild teilen vielleicht mit einem chat programm sie können jetzt wie in unserem fall eine url teilen vielleicht mit einem bookmark listener aber vielleicht gibt es auch ganz andere daten die sie aus ihrer app heraus anderen apps bereitstellen möchten und die idee dahinter ist dass man eben nicht für jede funktioniert jede funktionalität selber implementieren muss weil man bereits existierende funktionalität die durch eine app repräsentiert wird nutzen kann und dass man zwischen zwei apps eben auch eine verbindung aufbauen kann das heißt wenn ich zum beispiel ein e mail programm habe und ich möchte eine e mail mit einem bild versenden dann kann ich aus meiner gallerie app in der alle bilder auf meinem gerät angezeigt werden das auswählen und dann vielleicht diesen direkten übergang in die e mail app durch so einen share intent realisieren und das machen die nutzer und nutzerinnen in unserem fall indem sie die webseite die gerade angezeigt wird die url letztendlich teilen wenn das passiert und das ist jetzt unabhängig davon ob das jetzt unsere app ist die da als rezipient aufgerufen wird oder irgendjemand anders dann verpackt der browser diese information welche url oder welcher welche webseite jetzt geteilt werden soll in einen intent der ist dann relativ explizit wenn wir hier unsere app auswählen es ist eigentlich vielleicht an der stelle eher ein impliziter weil der kann theoretisch von ganz vielen apps verarbeitet werden und welche apps ein möglicher rezipient für diesen intent sein können das sehen wir in dieser ausfahrliste die android an der stelle dann im betriebssystem anzeigt was der browser auf jeden fall teilt ist eine informationseinheit aus der url und dem titel der aktuellen webseite also diese beiden informationen die adresse der webseite und der titel das ist das was irgendwo im html code im meter bereich unter dem title tag oder im title tag als wert drin steht das wird geteilt mit einem intent da können sich erstmal alle möglichen apps für anmelden und die apps die das getan haben die da kommen wir gleich dazu im manifest gesagt haben ich interessiere mich für diese art von informationen die hier rausgeschickt wird die werden dann in diesem teilen dialog oder share dialog den sie da in dem screenshot sehen auch aufgereiht also in unserem fall unsere bookmark app aber der chrome browser selber empfängt wohl auch diese art von informationen drive als cloud speicher genauso wie gmail unsere app hat sich auch angemeldet dass sie diese besondere art von von share intent und was das für eine art von share intent genau ist sehen wir dann gleich bei der implementierung gerne empfangen würde und das passiert indem wir in unserem manifest einen entsprechenden intent filter eintragen wir melden unsere app als receiver für diese art von intent direkt an und das android betriebssystem schaut dann was teilt der browser der browser sagt ich habe hier eine bestimmte art von informationen das ist eine in dem fall plaintext informationen einfach zwei textfelder die geteilt werden und wenn dieser teilen dialog im browser geöffnet wird oder angestoßen wird dann schaut android in allen manifest dateien umgangssprachlich wahrscheinlich steht die information dafür mittlerweile irgendwo anders aller installierten apps nach ob es irgendjemand gibt der sich dafür interessiert und zeigt dann diese icons an für die die apps die das im manifest eingetragen haben und unsere app zählt auch dazu weil wir uns entsprechend im manifest unserer eigenen app als ein receiver für diesen speziellen intent angemeldet haben dann kommt dieser intent wenn der nutzer jetzt unsere app als empfänger auswählt bei uns an nutzer nutzerin und wir kriegen erstmal mit welche url mit welchem titel die nutzerinnen mit oder aus dem browser heraus geteilt haben das heißt wir haben in unserer app dann erstmal diese informationen die developer seite mit der und der url und dem titel sending simple data to other apps oder ich hoffe mal das ist der titel von der webseite ich weiß gar nicht genau was dann genau bei uns ankommt ich nehme aber mal da ich das in dem screenshot ich gerade eh schon sehe an dass das genau der titel ist das bekommen wir mit und wir speichern das dann in unserer eigenen app das heißt es wird in einer datenbank gespeichert und in dem user interface dann über entsprechenden adapter auch angezeigt das ist der erste weg in unsere app rein und was wir dann noch implementieren ist der weg aus unserer app raus wenn ich nämlich dann eines dieser lesezeichen auswähle also zum beispiel das was wir gerade eingefügt haben dann erstellen wir in unserer app ein intent in dem wir sagen wir würden jetzt gerne diese url anzeigen und dann übernimmt wieder das android betriebssystem schaut nach ob es irgendwelche apps gibt die diese art von intent den wir da generieren fangen also hat sich irgendeine andere app in ihrem manifest über einen intent filter als receiver für diese art von intent den wir da rausschicken angemeldet das ist zum beispiel dann der browser wenn wir diese view intent kategorie verwenden für für diesen ausgehenden intent und dann können wir die url auch wieder im browser tatsächlich anzeigen und unsere app die ist genau dazwischen die kümmert sich darum dass diese bookmarks eben gespeichert werden nochmal der hinweis die funktionalität bis zu diesem punkt die gibt es im browser natürlich auch also wenn sie da ins menü schauen dann haben sie ganz viele möglichkeiten solche lesezeichen zu speichern das glaube ich mittlerweile in android über diese pocket integration geschieht das aber sie können sich hervorstellen dass sie vielleicht ihren bookmark manager der jetzt in der mitte steht auch noch um weitere funktionen erweitern könnten und damit dann einen konkreten mehrwert schaffen also machen sie die liste durchsuchbar erlauben sie es dass man das irgendwie taggen kann die lesezeichen merken sie sich vielleicht wie oder wann sie das letzte mal das lesezeichen aufgerufen haben zeigen sie vielleicht irgendwie eine kurze zusammenfassung von der webseite an screenshot oder so dass man sich vorher schon mal irgendwie anschauen kann und vielleicht erinnern kann was man tatsächlich einfach sucht schreiben sie vielleicht auch irgendwie oder schaffen sie eine möglichkeit dass man erinnert wird wenn ich das lesezeichen gemacht habe abends dass sie da noch eine seite haben die sie aufrufen wollen also gibt durchaus einiges an logischen möglichkeiten wie man diese bookmark app oder diese kernfunktionalität dann auch tatsächlich sinnvoll einsetzen kann was ich jetzt gerne mit mitmachen würde ist genau das zu implementieren also ich würde jetzt gerne anfangen diese lesezeichen app gemeinsam mit ihnen zu entwickeln und wir machen das jetzt heute etwas anders als das letzte als die letzten male ich würde nämlich gerne am anfang erstmal diese kernfunktionalität implementieren das heißt relativ zügig mal schauen wie wir durchkommen mich mit diesen intents und dem abfang der intents beschäftigen und wenn wir dann soweit sind dass wir irgendwas sehen im user interface also vielleicht die ersten lesezeichen in dieser recycler view angezeigt haben und vielleicht auch draufklicken können und die geöffnet werden also quasi intent empfangen verarbeiten und intent wieder nach außen schicken dann würde ich gerne eine kurze pause machen und mir noch mal überlegen wie man den rest der anwendung oder auch die bereits existierende implementierung dann vielleicht ein bisschen besser designen und planen könnte also erst mal eine grundfunktionalität implementieren und wenn die steht machen wir uns ein bisschen mehr gedanken über das software design also nicht wundern wenn jetzt vielleicht am anfang die ein oder anderen sachen nicht genauso sagen wir mal over engineered sind wie wir das in den letzten streams getan haben haben sie das starter paket runtergeladen schreiben sie meine chat ja nein oder schreiben sie in den chat bereit wenn sie soweit sind dass wir mit der implementierung anfangen können ok perfekt dann muss ich ganz kurz das android studio vorbereiten und ich glaube jetzt müsste alles passen und wir können loslegen macht das gleich ein bisschen größer ich habe ein bisschen was haben im starter paket schon angelegt also ich habe zum beispiel so eine bookmark klasse schon erstellt die unser lesezeichen dann abbildet relativ selbsterklärend glaube ich wir speichern die url in der url in einer variabel vom typen url das ist ein standard java konzept oder standard java klasse für urls also für diese adressen im www jede jedes lesezeichen hat einen titel also der titel von der webseite der gespeichert wird wir merken uns vielleicht wann wir das angelegt haben das lesezeichen und dann haben wir noch so einen schlüssel für die datenbank das ist einfach eine uid eine integer zahl die automatisch hochgezahlt wird ich habe auch schon ein bisschen was für die room integration gemacht das heißt ich habe hier zum beispiel die annotationen schon angelegt damit wir später eine room datenbank speichern können und zumindestens die zoom funktionen was die datenbank das da und die type converter angeht habe ich vorgegeben das als boilerplate code wenn sie so wollen den müssen wir da nicht abtippen aber wir müssen uns später beschäftigen wie wir mit dieser datenbank operieren und uns da dann wenn sie sich erinnern auch noch mal gedanken über nebenläufigkeit und sowas machen weil datenbank operationen ja nicht in den ui thread gehören dann habe ich eine activity die wird im moment leer sein wenn ich die starte ich mache das gleich auch mal starte den starter code und da sehen sie noch gar nichts und ich habe ein interviel das user interface in form von xml dateien vorgegeben einmal für das was sie hier sehen oder auch nicht sehen also diesen text und den recycler view und ich habe eine vorgabe gemacht blende das aus so wie so ein einzelner eintrag innerhalb dieser liste ausschauen soll also layout datei für einen einzelnen eintrag in der recycler view das ist so im groben das was wir vorgegeben haben schließen wir das alles mal wieder fangen in der activity an und die zeigt ihnen jetzt mal was der erste schritt ist und dazu gehen wir jetzt raus aus unserer app schließt die app und im emulator starte ich den chrome browser und ich habe hier auch schon eine webseite aufgerufen das ist die webseite von der uni regensburg und was ich jetzt als erstes realisieren möchte ist dass wenn ich hier im chrome browser den teilen dialog aufrufe also diesen standard teilen dialog von android dass meine app oder unsere app der bookmark manager jetzt hier an dieser stelle erscheint also ich möchte zuallererst dafür sorgen dass mein bookmark manager so ein ziel für diesen teilen intent ist im moment steht da noch nichts davon und das ist das erste was wir tun wollen und dazu müssen wir eigentlich gar nichts im quellcode machen also hier in der activity selber passiert jetzt gar nichts was wir tun müssen ist wir müssen uns das manifest anschauen sie erinnern sich ich öffne das mal das ist diese xml datei die die wesentlichen und wichtigen informationen unserer app zusammenhält also da steht alles drin was das android betriebssystem braucht um unsere app zu starten um an der richtigen stelle im launch einen icon einzublenden damit die nutzer und nutzerin unsere anwendung auch explizit starten können da stehen die activities drin die innerhalb unserer app genutzt werden können möglicherweise irgendwelche services die wir zusätzlich innerhalb unserer anwendung starten und auch solche dinge wie vielleicht permissions für bestimmte bereiche des android betriebssystems die wir in unserer app nutzen möchten und das ist auch die stelle in der wir diese intent filter definieren um dem android betriebssystem zu sagen für eine was für eine art von operation kann diese ganz konkrete app denn genutzt werden und wenn sie da mal reinschauen sehen sie hier schon so einen standard intent filter der immer in einer app oder wahrscheinlich in allen apps drin ist ich weiß gar nicht was passiert wenn ich den auslösche frage muss zugeben dass ich nicht weiß ob eine android app existieren kann offiziell die hier nicht diesen intent filter für den launcher hat gut möglich dass das so ist aber sollte eigentlich nicht so sein wenn sie eine app installieren dann sollen die nutzer nutzerinnen auch die möglichkeit haben die zu starten explizit und das passiert in diesem vorgegebenen intent filter da sagen wir nämlich dass diese activity der app heraus gestartet werden soll wenn die nutzer und nutzerinnen über den launcher das ist diese übersicht seite über alle installierten apps auf unser icon klicken und unsere app starten also wir haben einen intent filter immer schon drin nämlich den dass unsere app darauf reagiert wenn im launcher das entsprechende icon unsere app angeklickt wird und dann startet diese activity und was wir jetzt machen können ist wir können zweiten intent filter ergänzen und den spezifizieren und wir sagen in diesem zweiten intent filter über das action element also über diesen tag mit dem tag name action dass wir darauf reagieren möchten wenn irgendeine app etwas aussendet also wenn dieser sent intent gesendet wird dann möchte dann möchten wir in unserer app darauf reagieren das machen wir indem wir über das attribut android name den richtigen intent filter oder den richtigen intent typen auswählen der jetzt für unsere intendierte integration der app in das android betriebssystem gedacht ist und das was wir suchen finden sie unter android intent action und send damit reagieren wir in unserer app auf einen send oder share intent der von einer anderen app ausgelöst wird das ist der erste schritt dann müssen wir in diesem den aufrufenden stellen auch die möglichkeit geben zu sagen wen sie denn da irgendwie anfunken und das passiert über auch wieder in dem intent filter ein weiteres einen weiteren tag nämlich die category da geben wir über den name an dass wir ganz langweilig eine ganz normale app sind schreibst du ganz kurz hin category punkt default was heißt das wir könnten damit spezifizieren was für eine art von activity denn aufgerufen wird wenn dieser intent filter von einer anderen app genutzt wird dieser intent filter von einer anderen app genutzt wird also wir könnten zum beispiel sagen dass das vielleicht irgendwie eine seite mit einstellung ist oder das ist vielleicht ich glaube irgendwie so ein widget oder so gäbe es auch eine möglichkeit das zu spezifizieren also diese kategorie die bezieht sich auf die art der app oder spezieller die art der activity die durch diesen intent den wir dir jetzt für den wir uns jetzt registrieren dann innerhalb unserer app aufgerufen wird also zusammengefasst sagen wir wenn irgendjemand was teilen möchte mit unserer app bieten wir uns an und wir sagen dass die activity die dadurch gestartet werden würde das wäre eine ganz normale android activity innerhalb unserer app und wir können jetzt noch spezifizieren was denn für eine art von daten wir verarbeiten können über das data über den data tag und über einen sogenannten mime type mime type dieses konzept kennen sie wahrscheinlich kennen sie vielleicht aus aus anderen kontexten ich frage vielleicht einfach mal zur sicherheit kennen sie dieses konzept vom vom mime type haben sie das schon mal gehört schreiben sie mal ja nein in den chat rein ob sie das irgendwo schon mal gehört haben okay um es ganz kurz zu machen mit solchen mime types können sie typen von dateien sagen wir mal ja doch typen von dateien oder typen von informationen angeben um zum beispiel zu unterscheiden ob es sich um den text handelt oder um den bild handelt oder vielleicht ein video und diese meinem type sind immer aus einer oberkategorie und unter kategorie aufgebaut schaut dann zum beispiel so aus text jason das würde eine irgendeine information beschreiben die als text vorliegt und im jason format format formatiert ist oder informationen im jason format beinhaltet und was wir hier sagen indem wir einen so einen bestimmten mime type spezifizieren ist dass unsere app gerne der empfänger von einem send intent ist wir in dem fall eine ganz normale activity starten würden und wir uns aber nur angesprochen fühlen wenn die informationen die form von der anderen stelle von der versendenden activity oder app ausgeht ein text ist oder texte sind die jason formatiert werden das wären so die wenn die die ganz kurze definition davon was hier passiert oder was was wir hier spezifizieren wir können uns auch für andere mime types interessieren ich weiß zum beispiel dass diese information die aus dem browser rauskommt also diese beiden informationen titel und url dass die als plain text übergeben werden das heißt das hier wäre der genau der mime type von diesem intent oder dem content des intents der von so einem browser über diesen teilen oder share dialog gestartet wird ganz wichtig so spezifisch oder so präzise sollten sie eigentlich gar nicht sein also was die android dokumentation sagt ist wenn sie sich hier als empfänger anmelden für eine bestimmte action oder für eine bestimmte art von intent also zum beispiel diesen teilen oder sending dann können sie gerne sagen was sie irgendwie im groben für eine form von informationen empfangen können aber diesen zweiten teil von dem mime type den sollten sie mit so einem stern stern kennzeichnen sternchen kennzeichnen damit sie für alle möglichen formate zur verfügung stehen also sowohl sowas wie jason als vielleicht auch plaintext wahrscheinlich gibt es noch irgendwie das gibt es ja noch rtf oder so vielleicht für formatierten text das sind alles sachen die nochmal diese oberkategorie text genauer spezifizieren als receiver von so einem intent sollten sie aber eigentlich das offen halten und sagen ich kann alles verarbeiten oder ich versuche alles zu verarbeiten was irgendwie als text ankommt und mit diesen informationen das ist übrigens ich habe das glaube ich am anfang nicht explizit genug sagt er das ist teil von dieser activity also wir melden uns wir melden unsere app als receiver für einen bestimmten intent an und das machen wir auf der ebene von der activity damit dann auch immer gleich klar ist welche activity aus unserer app heraus durch diesen intent den wir hier abfangen tatsächlich aufgerufen werden soll also hoffe ich weiß dass ich nicht gesagt habe ich hoffe durch die stelle im code die ich angepasst habe war das halbwegs deutlich und sie haben das auch wenn sie jetzt mitgemacht haben nicht an der falschen stelle gemacht das ist teil von dieser von diesem activity block innerhalb unseres manifest also ganz explizit machen wollen dann reagiert nicht unsere app auf einem bestimmten intent sondern diese activity die bookmarks activity die einzige die im moment existiert die würde reagieren auf einen cent intent von unserer von irgendeiner anderen anwendung wenn es sich dabei um einen text handelt der gesendet wird wenn sie das jetzt speichern und ihre app dann noch mal starten dann passiert immer noch nichts wir haben ja auch nichts an unserem quellcode geändert aber wenn wir jetzt in den browser reinschauen und nochmal auf diesen startseite haben genau wenn wir dann noch mal auf diesen teilen button klicken dann hat sich was geändert dann taucht nämlich plötzlich hier dieses bookmarks auf das ist der name von unserer app hier das label im manifest und dieses icon das habe ich irgendwo genau hier selber noch mal erstellt und angelegt das finden sie in entsprechenden ressourcen dateien das taucht hier plötzlich auf wenn wir das jetzt aufrufen dann oder draufklicken dann öffnet sich unsere app und es passiert in der app noch gar nichts aber wir fangen diesen intent schon ab wir verarbeiten ihn nicht was ziemlich blöd ist weil die nutzer nutzerin sich ja irgendwas davon versprechen dass sie jetzt diese information aus dieser browser app heraus mit genau unserer app tatsächlich teilen das funktioniert noch nicht also wir fangen noch nichts mit dieser information ab aber das android betriebssystem weiß jetzt schon dass wir theoretisch ein rezipient für diese nicht nur theoretisch sondern ganz praktisch ein rezipient für diese teilen aktion sind also wenn irgendjemand jetzt plaintext teilen möchte aus einer app heraus oder eine app wenn dieser wenn diese teilen funktion aufgerufen wird eine plaintext information raus gibt dann ist unsere app eine von denen die damit was anfangen kann und nutzer und nutzerinnen können unsere app auswählen was wir jetzt tun müssen ist wir müssen uns jetzt darum kümmern dass diese information in unserer app auch in irgendeiner art und weise verarbeitet wird also wir müssen jetzt dafür sorgen dass wenn ich mache es nochmal vor wenn aus dieser browser app heraus menschen auf den teilen button klicken und dann unsere app auswählen als empfänger dass diese information in unserer app dann auch so verarbeitet wird dass das ganze im in unserem bookmark manager gespeichert und entsprechend dann für den zukünftigen aufruf dieser url zur verfügung steht und das müssen wir jetzt dann tatsächlich auch im quellcode umsetzen also da reicht es jetzt nicht mehr irgendwie in den xml dateien was zu machen jetzt müssen wir entschuldigen sie mal ganz kurz so ich hoffe meine stimme macht noch weiter mit hat es irgendwie so ein kleiner forsch im hals aber ich würde es einfach mal weiter versuchen jetzt müssen wir in unserer activity an diese information kommen mit der unsere app gestartet wird also damit das hundertprozentig klar ist unsere app kann jetzt plötzlich auf zwei unterschiedliche art und weisen gestartet werden wir können nämlich einmal einmal wenn sie in den launcher reinschauen unsere app ganz normal starten über diesen icon über dieses icon was da drin ist wir können aber auch die app starten indirekt indem wir aus dem browser heraus eine webseite die gerade angezeigt wird mit dieser app teilen und was wir jetzt tun müssen ist wir müssen uns anschauen mit was für eine art von intent diese app gestartet wird diese activity und falls das über so einen send intent passiert dann uns die weiteren informationen auslesen die mit diesem intent in unsere app übergeben worden sind und die entsprechend verarbeiten also wir haben jetzt zwei unterschiedliche situationen wir haben einmal diesen ganz normalen standard start unserer app über hier diesen button wenn wir beim programmieren noch sind oder über den launcher wenn unsere app ganz normal gestartet wird dann wird das user interface initialisiert und ich weiß nicht was sonst noch alles passiert oder unsere app wird gestartet weil eine webseite aus dem browser verarbeitet werden muss und all diese informationen die wir brauchen um diese fall unterscheidung zu machen oder um diesen zweiten fall festzustellen die stecken in dem intent der mit dem start oder der zum start dieser app oder dieser activity verwendet wird und die können sie sich holen indem sie sich den intent holen sie kennen diese get intent methode die haben wir schon mal verwendet intent intent ist gleich get intent erstmal ganz explizit und holen wir das den import noch ein das kennen sie schon wenn wir zwischen zwei apps oder zwischen zwei activities unserer eigenen app informationen ausgetauscht haben dann haben wir die auch in diesen intent rein gepackt in diese extras in dieses bundle und die dann über die entsprechenden keys auf der anderen seite wieder ausgelesen und das hat immer damit angefangen dass wir in der zweiten activity die wir aufgerufen haben uns diesen intent an einer stelle an der wir reinschauen wollten was denn übergeben worden ist in diese oder zu dieser activity uns diesen intent herausgelesen und dann die extras angeschaut haben das heißt wir können an jeder stelle schauen mit was für einem intent wurde diese activity gestartet und wir können jetzt auch schauen was steckt denn in diesem intent drin ist dieser intent möglicherweise aus dem browser heraus gestartet worden wenn ja ähm ist dieser intent ähm oder steckt in diesem ähm vielleicht ähm bestimmte äh textinformationen in form von als bestimmt text plane äh mit dem mime type text plane versehene informationen wenn ja steckt da drin vielleicht ein url und ein titel den wir in unserer app verarbeiten können wenn auch das der fall ist ähm dann bauen wir uns daraus ein bookmark und speichern das in unserer app und zeigen das ein also ganz ganz viele informationen die wir jetzt aus diesem intent raus holen müssen und die wir schrittweise erfragen um dann am ende diese entscheidung zu treffen ähm wollte irgendjemand mit uns mit unserer app ein lesezeichen oder eine webseite teilen wenn ja ähm dann erfüllen wir unseren auftrag nämlich äh daraus ein lesezeichen zu machen und das äh in unserer app anzuzeigen es wird jetzt ein bisschen komplizierter oder es wird ein bisschen mehr äh als dass ich jetzt irgendwie komfortabel das in dieser on create methode ähm unterbringen kann und deshalb erstelle ich ähm eine explizite neue methode private void ähm handle intent also immer wenn meine activity gestartet wird schaue ich mir den intent an ähm der mit oder zum starten dieser activity verwendet wird und hier versuche ich jetzt herauszufinden äh was war denn das für ein intent kann ich irgendwas damit anfangen ähm war das die aufforderung ein lesezeichen zu speichern oder irgendwas anderes und die methode rufe ich auf wenn unsere activity erstellt wird in der on create methode und übergebe der den intent den ich ähm auslesen kann also der intent mit dem meine activity gestartet worden ist und jetzt ähm lese ich mir ein paar sachen aus ich lese mir zuerst aus dem intent aus was das für eine aktion war ähm mit der die app gestartet worden ist das ist das was ich vorher hier im intent filter als action angegeben habe also was ich ganz überspitzt oder was ich abstrahiert äh formuliert jetzt machen möchte ist ich möchte schauen wurde in diesem speziellen fall ähm meine activity als reaktion auf so eine aktion nämlich eine send aktion gestartet warum muss ich das machen es gibt ja immer noch die andere möglichkeit dass meine activity einfach so gestartet worden ist über den launcher und dann finde ich in dem werde ich in dem intent keine information zu irgendeiner url finden und ähm dann kann ich mir den ganzen rest sparen also ich lese mir die action mit der dieser ganz konkrete intent ausgestattet ist aus und das ist ähm wenn wir da mal reinschauen äh ein string den speichere ich erstmal in einer lokalen variabel ab dann kann ich mir auch auslesen was für informationen in diesem intent drinstehen mit der get type methode was steht dazu in der dokumentation drin ähm das ist der mime type der ähm in dem intent festgehalten ist und der kennzeichnet in was für einem format die an diesen intent angehangenen informationen vorliegen auch das speichere ich mir in einer entsprechenden variabel ab intent type ist gleich äh das was ich da aus diesem intent auslese also in unserem fall steht dann da falls wir über diesen intent filter angesprochen worden sind irgendetwas ähm was ein mime type von der oberkategorie text ist also zum beispiel text plane text json oder sowas drin jetzt habe ich diese beiden informationen und das erste was ich mache ist ähm ich überlege mir oder ich schaue mir erstmal an ob beide informationen hier vorliegen ähm wenn eine von diesen beiden informationen fehlt also wenn nicht klar ist mit was für eine aktion das ganze gestartet worden ist oder wenn ich den type nicht auslesen konnte ähm dann weiß ich ich muss gar nicht weiter schauen da werde ich keine url oder keine webseite raus ableiten können aus diesem intent und kann dann einfach auch den gesamten rest ignorieren dann initialisiere ich meine anbindung ganz normal mit dem user interface mit den datenbanken ähm und im recycler view und kann mir dieses diesen versuch ähm aus dem intent mit dem die activity gestartet worden ist eine url zu extrahieren komplett sparen viele möglichkeiten das zu tun ich mache es vielleicht mal ganz einfach ich schaue mir an intent action ist das null oder ist der intent type gleich null also ist einer von diesen beiden werten weil ich kein string auslesen konnte dann breche ich das ganze ab also dann wird diese händel intent methode abgebrochen und ich mache mit anderen sachen in meiner app weiter wenn das nicht der fall ist dann kann ich anfangen mir anzuschauen was denn für eine ganz konkrete aktion das jetzt war und ich kann zum beispiel schauen intent action equals also der string der da drin steckt ist der gleiche der auch in der konstanten gespeichert ist in der intent klasse von action send action send action send das ist irgendein string der repräsentiert diese send oder share aktion das ist ich nehme mal an genau das hier kann auch mal reinschauen genau android intent action send das ist das was in dieser konstanten drin steht also hundertprozentig das gleiche was wir auch in dem manifest eingetragen haben und damit stellen wir erstmal sicher dass wir jetzt auch tatsächlich durch so eine send aktion angesprochen werden sind ok wir wissen schon mal schauen ich überlege gerade ob ich ihn kurz string equals string equals intent action ähm 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 nulstück sparen ja ok ein einwand auf den ich gerne eingehe also vor allem folgender vorschlag wurde gemacht ähm if ähm 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 string equals if intent.action send equals intent action und dann damit irgendwie die ähm die abhängig die abhängigkeit überprüfen ähm kann man bestimmt machen also ich behaupte hier niemals dass ich irgendwie den den perfekten code schreiben würde ich habe halt gewisse vorstellungen davon was ich so mache ähm das hier ähm das ist so eine ähm ähm so eine Formulierung die die nennt man ähm ähm oder könnte man wenn man irgendwie sehr stark kritisieren möchte also als joda-statement ähm kennzeichnen kennen sie den Begriff joda-statement schreiben sie mal ja nein rein ob sie sowas schon mal irgendwo gehört haben ähm es gibt ja immer so eine so eine Richtung wie man solche Ausdrücke liest ähm und wenn sie sich an Star Wars äh erinnern äh Yoda dieser kleine äh diese kleine Figur die hat ja so eine bestimmte Art zu sprechen wo die Grammatik manchmal umgestellt wird ich muss zugeben dass ich ich bin Star Trek Fan kein Star Wars Fan ich hab jetzt kein Beispiel parat aber äh äh klar ähm ähm und sie haben schon gecheckt äh woher das kommt ähm ähm kann ein Ausdruck wenn ich den umdrehe genau das gleiche ähm funktional ausdrücken also das hier sagt genau das gleiche wie ähm ähm intent äh action.equals intent action send also ich kann es genauso umdrehen funktional genau das gleiche wir hätten wenn wir es so machen vielleicht einen Mehrwert dass wir uns diesen Nullcheck sparen ähm aber äh semantisch wird das vielleicht oder der Code würde äh tatsächlich was äh äh was anderes vielleicht ähm er sagt nicht was anderes aus aber es klingt irgendwie komisch also normalerweise habe ich einen Wert innerhalb von ähm ähm oder eine Variable innerhalb von meinem Code und den vergleiche ich mit irgendeinem literal oder einem anderen externen Wert also ich möchte herausfinden äh steht in intent action äh das gleiche drin wie irgendwie in einer äh äh bestimmten Konstante und ich möchte nicht das Gegenteil machen ich möchte nicht sagen steht in meiner Konstante das gleiche wie in dem Intent äh den ich gerade bekommen habe weil das eine das ist was hier lokal ganz viel Nähe äh zu dem zu dem Code hat und lokal von besonderer Bedeutung ist und das andere auf der rechten Seite des Vergleichs ist das was ähm irgendwo zentral äh festgehalten ist als eben genau dieser Intent. also von daher würde ich sagen ähm ähm es gibt bestimmt Möglichkeiten wie man sich diesen Nullcheck sparen kann würde ich vielleicht sogar auch noch ein bisschen weiter überlegen wie man das machen kann ich würde an der Stelle vielleicht nur dieses Umdrehen vermeiden oder ich würde mir zumindest überlegen ob es mir das wert ist äh dass der Code da so ein bisschen komisch klingt ähm eine Möglichkeit wie ähm wie man das äh noch besser umgehen kann ist äh indem man wenn ich das hier mal rausnehme glaube ich ah es wird sogar gar nicht vorgeschlagen ähm es gibt solche Asserts die man einbauen kann also der nachfolgende Code wird nur ausgeführt wenn irgendwie eine Variabel die ich verwende äh nicht Null ist das kann man in Android verwenden machen wir jetzt nicht weil wir in dem vorbereitenden Kurs in unserem Java Kurs nicht darauf eingegangen sind aber das wäre eine Möglichkeit und vielleicht würde ich eher so in die Richtung denken äh und PHP CMS bauen äh CMS bauen wir leider nicht also das ist nicht äh leider nicht Teil von diesem Kurs ähm wenn wir jetzt hier gerade schon auf Abwägen sind äh dann zeige ich Ihnen ganz kurz noch was anderes ähm ich wundere mich nämlich gerade warum mein Android Studio nicht ähm automatisch den Code formatiert wenn ich Steuerung S für Speichern drücke und ähm warum ich das erwarte ist ich habe ein Plugin installiert das heißt äh Moment wie heißt das äh Auto Save Options oder so ähm Save Save Actions ist ein Plugin was man bauen kann äh und da genau Steuerung äh Alt L ist die Tastenkombination aber es gibt auch so ein Plugin ähm ähm okay Moment ganz kurz äh erstmal das eine dann komme ich gleich zum Chat äh dieses äh Save Actions das ist so ein nettes Plugin da können Sie nämlich ganz ganz viele Dinge ähm aktivieren die automatisch immer passieren wenn Sie äh Ihre Datei speichern und äh weil ich persönlich äh häufiger daran denke äh Steuerung S zu drücken als dann nochmal irgendwie die Taste die Hand von der Maus zu tun um äh Steuerung Alt L oder Steuerung Alt O oder sowas zu verwenden finde ich das ein super nettes Plugin also Save Actions wenn Sie das auch installieren möchten damit können Sie sorgen dass immer wenn der Code gespeichert wird äh zum Beispiel sowas wie dieses Formatting ja automatisch ausgeführt wird und der Kurs äh der der wird bezahlt schon wenn Sie Steuern zahlen äh aber nicht äh wenn Sie an dem Kurs teilnehmen möchten weil das ein Kurs von der VAB in Bayern ist virtuelle Hochschule Bayern ähm ausgerichtet von der Universität Regensburg in diesem Semester von der Medieninformatik äh das heißt Sie können einfach hierbleiben und gerne zuschauen wenn Sie möchten also falls Sie Steuern zahlen haben Sie das eh schon zu einem ganz kleinen Teil hier finanziert okay aber zurück zu äh unserem Intent wir haben jetzt diese beiden Informationen rausgefischt die wir brauchen um festzustellen ob wir an der richtigen Stelle sind ähm nämlich einmal die Action und den Teil wir wissen schon mal wenn wir in dieser if Bedingung in den Rumpf generieren ähm äh geraten dass wir mit so einer send Aktion angesprochen worden sind und jetzt äh können wir uns noch anschauen was denn in diesem Intent Type drin steht und in den auch nochmal vergleichen ähm jetzt muss ich kurz überlegen ähm was ich eigentlich machen möchte ist ich möchte schauen steht da sowas drin Text Plain also ist der Mime-Teil von der Information ähm die hier kommt so ein Plain-Text ich möchte deshalb darauf checken weil ich weiß dass der Browser mir eine solche Nachricht schickt also der Browser sendet mir ähm dieses Informationspaket mit URL und Titel der Webseite als Plain-Text ähm ich glaube dass das ähm mir fällt jetzt leider nicht äh aus dem Stehgreif ein wo diese Konstante äh abgespeichert ist also es gibt auf jeden Fall eine Konstante die sie verwenden können damit sie hier nicht dieses ähm dieses String Literal reinschreiben müssen für Text Plain fände ich wahrscheinlich auch schöner hier mit einer Konstanten zu arbeiten mir fällt es aber tatsächlich jetzt gerade nicht ein also falls das irgendjemand zufällig äh im Kopf hat wo diese Mime-Types ähm die möglichen in Android oder vielleicht sogar in Java allgemein irgendwo als Konstanten abgespeichert sind gerne einfach mal in den Chat posten können wir das später noch ergänzen aber ähm erstmal wichtig ich weiß wenn ich hier an dieser Stelle jetzt ankomme dass wir durch eine Send-Aktion angesprochen worden sind und dass wir einen Plain-Text bekommen haben und dann kann ich relativ sicher sein ähm dass ich äh wahrscheinlich vom Browser ähm angesprochen worden bin oder zumindest von irgendjemand der Textinformationen mitteilen möchte und kann mir jetzt ähm aus diesem Intent ähm die eigentliche die eigentliche Information auslesen die ich brauche um mein Lesezeichen anzulesen und diese Information nämlich die URL und ähm ähm der Titel von der Webseite die da geteilt worden ist die liegen jetzt an genau der gleichen Stelle ähm an der wir auch schon in den vorherigen Wochen ähm Informationen selber in einem Intent abgespeichert haben und zwar in den Extras Sie erinnern sich ähm diese ähm diese ähm das sind ähm diese ähm diese zusätzlichen Informationen die man im Intent mitgeben kann die immer als Key-Value-Pair gespeichert werden äh sie erstellen ein Intent für äh die nächste Activity und sie übergeben dem ich weiß gar nicht was wir da als Beispiele hatten vielleicht irgendwelche ähm Werte für unsere Lauf-App die wir dann in der nächsten Activity angezeigt haben ähm irgendwie eine Kilometeranzahl oder so Media-Type Textplane ich schaue gleich mal rein äh Augenblick den Gedanken noch kurz zu Ende bringen ähm ähm und diese ähm ähm diesen Mechanismus den wir da selber verwendet haben den hat der Browser auch verwendet der Browser hat diesen Intent gestartet den wir abfangen und hat in diesem Intent auch die Informationen äh ähm gespeichert ähm zur Webseite ähm zur Webseite und zum Titel in dem es in dem er diese Extras befüllt hat und wenn wir wissen nach welchen Extras wir suchen dann können wir die auch ähm ähm die auch entsprechend rausfischen und der Vorteil für uns von uns ist jetzt dass der Browser diese Werte gespeichert hat in dem Intent über die Verwendung von bestimmten Konstanten ähm als Keys die in dem Intent oder in der Intent Klasse selber eh schon vorhanden sind also wenn sich zum Beispiel die Url rausfischen möchte aus diesem Share-Intent dann äh kann ich das machen indem ich auf den Intent schaue oder in den Intent schaue ein String extra auslese ich weiß dass der Text ähm oder diese Url als Text gespeichert wird und als Key verwende ich aus dem Intent heraus ähm 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 äh Was verwende ich da? Einen extra Text. Ein Programm-Server senden kann beim Teilen von Daten das Auswahl-Icon. Dieses Auswahl-Icon, was in diesem Standard-Android-Dialog angezeigt wird, das ist im Normalfall das Icon, was Sie auch im Manifest für den Launcher eintragen. Also Sie tragen ja im Manifest hier so ein Icon ein, was zur Kennzeichnung von Ihrer App verwendet werden soll. Zum Beispiel hier im Launcher, wenn man nichts einträgt, hat man immer dieses Standard-Icon und das übernimmt Android dann auch in diesem Share-Dialog. Also Ihre App wird dann über dieses Icon angezeigt oder gekennzeichnet. Okay, das hier ermöglicht mir jetzt aus diesem Share-Intent vom Browser die URL auszulesen, weil ich weiß, dass der Browser diese Information mit diesem Key als String in den Extras des erzeugten Intents abspeichert. Und zweite Sache, die wir uns auslesen können, ist der Titel der Webseite und der findet sich auch in dem Intent, auch wieder als String extra und zwar abgespeichert über auch wieder eine konstante extra.subject. Also Text und Subject, Betreff und Content, wenn Sie so wollen, sind die beiden Konstanten, die der Browser verwendet, um uns diese Information jetzt auch irgendwie auslesbar mitzuteilen. Und mit den beiden Informationen, wenn wir an der Stelle angekommen sind und die auch tatsächlich aus dem Intent ausgelesen werden könnten, könnten wir, um das jetzt abzuschließen, theoretisch unser Bookmark erstellen. Wir müssen das irgendwie später noch ein bisschen aufräumen, den Code, aber ich könnte jetzt, wenn ich mal in die Bookmark-Klasse reingehe, schauen, was wird denn hier verlangt von mir als Parameter für das Erstellen von so einem neuen Bookmark für unsere Anwendung. Einmal eine URL mit dieser Standard-Java-URL-Klasse, ein Titel, den haben wir schon, den habe ich hier gerade eben ausgelesen und irgendwie ein Date-Objekt, noch veraltet, vielleicht könnte man da lieber LocalDate verwenden, mit dem aktuellen Datum, wann dieses Lesezeichen innerhalb unserer App erstellt worden ist. Und diese Informationen, die haben wir eigentlich alle hier schon oder können die theoretisch generieren. Die URL, die kann ich mir erzeugen, indem ich eine neue URL erstelle über den entsprechenden Konstruktor und die gerade eben ausgelesene URL, also diesen String, als Parameter für den Konstruktor verwende. Also URL, um das kurz zu machen, ist so ein Container-Format, in dem eine tatsächliche URL gespeichert wird. Wir können die aus einem String erstellen und dann versucht Android, diese URL, die da noch in Textform vorliegt, dann als richtige URL abzubilden. Und da können ein paar Fehler passieren. Es könnte ja sein, dass wir irgendeinen Text übergeben, der gar keine valide URL darstellt, also irgendwelche Sonderzeichen, die nicht erlaubt sind, zum Beispiel benutzt, oder Leerzeichen, die nicht enkodiert sind. Vielleicht fehlt irgendwie der Punkt, es gibt keine Domain und kein Top-Level-Domain, die da irgendwie angegeben wird. Und es wären dann alles Eigenschaften von diesem String, die verhindern, dass so eine URL daraus erzeugt wird. Und deshalb müssen wir hier diese Exception abfangen, wenn wir die URL erzeugen, mit der wir unser Bookmark dann speichern möchten. Und Sie sehen, das wird hier immer länger, also es wird dringend notwendig, dass wir gleich noch ein bisschen refactoren. Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen das Entstehungsdatum für dieses Bookmark. Also wann haben wir das jetzt hier übernommen aus dem Intent und in unserer App gespeichert. Und da können wir einfach eine neue Instanz von diesem Date-Objekt erstellen oder auch LocalDate, wenn Sie möchten. Ich muss immer aufpassen, was man hier importiert. Aus irgendeinem Grund möchte Android Studio immer dieses SQL.date, also das Date aus dem SQL-Package benutzen. Was wir aber suchen, ist das hier, das aus dem Util-Paket. Wahrscheinlich ist das ein Zeichen für uns, dass wir eigentlich LocalDate verwenden sollen. Können wir vielleicht mal in so einem Refactoring-Prozess dann später auch hier in der Bookmark-Klasse tatsächlich so setzen. Aber jetzt haben wir erstmal die Informationen beisammen, die wir brauchen. Und wir können an der Stelle eigentlich unser eigentliches Bookmark erstellen. Also aus diesen ganzen Informationen, die vom Browser an uns gesendet worden sind, erstellen wir ein neues Lesezeichen mit den Parametern URL, Titel und CreationDate. Und dazu benutzen wir genau die Sachen, die wir entweder direkt oder indirekt aus dem Share-Intent des Browsers ausgelesen haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich gebe mal auf der Konsole, auf dem Log, in der Log-Ausgabe von Android was aus. Irgendwie einen Tag brauchen wir. Bookmark-App. Und dann geben wir irgendwie einen guten Logging-String aus. Oder zumindest irgendwie eine Printlining-Anweisung, damit wir wissen, wo wir sind. After creating a Bookmark-Instance. Und vielleicht geben wir noch in Klammern aus, für welche URL wir das gemacht haben. Indem wir die einfach auch nochmal mit so einer String-Verkettung da reinhängen. Das ist kein sonderlich schöner Log-String, aber er tut, was er soll. Er gibt nämlich uns die Information aus, dass wir hoffentlich diese Stelle des Codes erreicht haben, ohne dass irgendwelche Exceptions ausgelöst worden sind. Und wir damit dann diesen ersten Teil abgeschlossen haben, nämlich korrekt auf diesen Send-Intent vom Server reagiert haben. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Ich starte meine App nochmal neu. Und wechsle in den Browser. Ich bereite hier mal den Log-Cat schon mal vor. Das ist alles richtig. Ich habe diesen Tag verwendet hier für die Log-Cat-Ausgaben. Und dann gehe ich in meinem Emulator wieder in die Teilen-Funktion und teile das Ganze mal mit der App, die wir gerade programmieren. Und wir kommen da auf jeden Fall rein. Also es scheint zu funktionieren. Okay, jetzt haben wir eine Bookmark. Und wir müssen uns das irgendwo speichern. In der richtigen Implementierung würden wir jetzt spätestens an dieser Stelle in eine andere Klasse wechseln. Wir würden vielleicht irgendwie so eine Manager-Klasse haben, in der wir diese ganzen Bookmarks abspeichern, weil wir später auch den Datenbank-Zugriff entsprechend abbilden müssen. Wir machen es uns jetzt erstmal einfach. Und wir erstellen in unserer Activity eine Array-List. Und in der Array-List lassen wir uns Bookmarks speichern. Also Instanzen von der Klasse Bookmark. Wir geben dem Ganzen noch einen Namen. Und initialisieren die vielleicht in unserer OnCreate-Methode. Typ müssen wir beim Konstruieren nicht mehr angeben. Das kann Android dann an der Stelle oder Java an der Stelle automatisch erkennen. Und wir können dann das neu erstellte Bookmark in unserer Array-List speichern. Bookmarks at Bookmark. So. Lassen Sie uns da mal ein bisschen Ordnung reinbringen, bevor wir jetzt weitermachen. Wir haben hier eine Methode, die heißt HandleIntent. Und die macht, wenn ich das irgendwie so richtig sehe, zwei Dinge. Also in dieser Methode passieren, wenn ich das richtig interpretiere, oder zumindest in meinem momentalen Modell, sind da so zwei Ebenen oder zwei Abschnitte, die man identifizieren kann. Haben Sie da auch irgendwie so eine Idee, was ich vielleicht meinen könnte? Also welche zwei Abschnitte oder welche zwei Aufgaben erfüllt im Moment diese Methode HandleIntent? Vielleicht sind es auch einfach nur zwei Teile einer Sequenz. Prüfen und auslesen. Prüfen auf jeden Fall. Prüfen und speichern. Wenn Sie das auslesen oder speichern noch ein bisschen umformulieren, sind Sie in meinem Kopf angekommen. Also vielleicht ist auslesen und speichern ein besserer Begriff. Aber ich habe eine leicht andere Vorstellung. Also wir prüfen auf jeden Fall, ob wir im richtigen Intent angekommen sind, oder ob das der richtige Intent war. Und was machen wir dann, wenn wir das wissen? Dann machen wir aus diesem Intent ein Bookmark, oder? Also vielleicht irgendwie sowas wie Bookmark erstellen. Auslesen und speichern, ja, also das stimmt auch schon. Das ist ja das, was wir machen. Aber die Konsequenz ist ja aus dem Auslesen, dass wir ein neues Bookmark erstellen. Und das Speichern ist dann ja nur die nachfolgende Sache. Genau, irgendwie so Create oder so. Lassen Sie uns doch mal vielleicht in dieser... Moment. Wo war ich gerade? In dieser Activity eine neue Funktion anlegen. Und zumindest mal das Erstellen von diesem Bookmark auslagern. Ich erstelle eine neue Methode. Private Bookmark, die gibt ein Bookmark zurück. Create Bookmark from Intent. Ich übergebe ein Intent. Und ich hätte gerne ein Lesezeichen zurück. Und was muss ich dazu machen? Ich muss mir überlegen, dass ich diese Information auf jeden Fall auslese. Also ich lese URL und Titel aus. Und dann versuche ich, das hier zu machen. Ich erzeuge ein neues Bookmark. Und das gebe ich zurück, wenn das erfolgreich war. Und wenn das nicht erfolgreich war und diese Exception geschmissen wird, dann geben wir vielleicht null zurück. Also irgendwie, es konnte kein Bookmark erstellt werden. Und dann können wir das hier auch kombinieren. Und haben jetzt diesen Entstehungsprozess von so einem Bookmark aus dem Intent heraus separiert. Und dann können wir zumindest hier vielleicht ein bisschen aufräumen und sagen, wenn wir da angekommen sind und sicher wissen, dass man aus diesem Intent einen Bookmark erstellen kann, dann lass uns das doch auch tun. Nun, wir rufen unsere Methode auf, die wir jetzt ausgelagert haben, übergeben den Intent, den wir vorher geprüft haben, hinsichtlich seiner Kompatibilität mit der Methode. Und wenn wir damit fertig sind, nehmen wir unsere Arraylist und fügen das Bookmark ein. Vielleicht, vielleicht so. Vielleicht kann man es sogar noch ein bisschen schöner irgendwie aufteilen. Also ich bin nicht ganz so zufrieden damit, wie das jetzt ausschaut. Aber ich glaube, für das Erste reicht es erstmal. Das können wir nochmal schauen, wenn wir schon dabei sind, weil ja gerade der Vorschlag kam, dass man das vielleicht so machen kann. Mediatype. Das importiere ich gerne. Das habe ich gar nicht. Mediatype, Textplain. Tut mir leid. Also da, ich weiß es schon ein bisschen länger her, dass sie es gepostet haben, aber leider finde ich da nichts. Also wenn da irgendjemand weiß, wie diese Mimetypes in Android gespeichert werden, ich habe es leider, entweder habe ich es vergessen oder ich habe es nie gewusst, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Okay, ich habe dann hier irgendwann eine Arrayliste mit Bookmarks, die langsam wächst, immer wenn neue Sachen reinkommen. Das ist noch keine persistente Speicherung, also wenn die App da mal geschlossen wird, ist das alles weg. Aber ich könnte ja mal dafür sorgen, dass diese Sachen auch tatsächlich im User Interface angezeigt werden. Und das ist eigentlich halbwegs einfach. Schauen wir mal in unser Layout rein. Das ist hier die XML-Datei, mit der unser Layout, unsere Activity im Moment angezeigt wird oder gerendert wird. Und da passiert, wie gesagt, nicht so viel Spektakuläres. Wir haben hier einen Text-View, da stehen diese Standard-Informationen drin, was man denn mit dieser App machen kann. Und dieser Recycler-View, in dem wir die einzelnen Bookmarks eintragen wollen. Und schon vorbereitet, wie gesagt, ist dieses einzelne Item, mit dem wir einen Eintrag der Liste dann darstellen. Das ist ein kleines Card-View. Es ist kein Card-View, sondern ich habe das gefakt mit entsprechend Schattenwurf und so weiter. Also an der Stelle der Hinweis, das Verwenden von dieser Card-View-Klasse, die man auch importieren kann, wäre wahrscheinlich noch angebrachter. Also das schaut zwar aus wie ein Card-View, es ist aber ein Card-View mit entsprechend gefaktem Aussehen. Also kein richtiger Card-View. Trotzdem können wir den, glaube ich, ohne Probleme in unserer App verwenden. Wenn ich jetzt diese beiden Komponenten verwenden möchte, also diesen Recycler-View, der in dem Layout drin ist, und diesen einzelnen View für das einzelne Eintrag, dann ist das wieder das, was wir schon ganz häufig gemacht haben. Wir erstellen uns einen Adapter, mit dem wir den Recycler-View mit unserer Datenstruktur, in unserem Fall die Arraylist, verbinden. Und wir erstellen einen View-Holder, mit dem wir diesen einzelnen Eintrag, den der Recycler-View dann anzeigen soll, für ein bestimmtes Bookmark nochmal extra kapseln. Also das ist das, was wir jetzt machen möchten. Und das ist relativ viel Boiler-Plate-Code, also Code, der auch für uns generiert wird. Aber wir müssen das trotzdem an der Stelle mal machen. Und ich mache das, indem ich in meinem Projekt ein neues Package anlege, UI, geht es weg von irgendwie der Activity und auch weg von der Datenbank und den logischen Repräsentationen von unseren Bookmarks, hin zu dem, wie das im User-Interface ausschaut. Und deshalb ein extra Package, also um das, was wir jetzt so strukturell in unserem Software-Design voneinander separieren, auch ganz explizit auf Dateiebene oder auf Package-Ebene deutlich voneinander abzugrenzen. Und was ich da reinpacke, ist zuerst mal ein neuer View-Holder. Also ich fange bei dem Kleinen an. Ich erstelle einen Bookmark-View-Holder. Bookmark-View-Holder. Also dieser Container, mit dem ein einzelnes Bookmark in einem View angezeigt werden soll. Der View-Holder kapselt das View, was dann an den Recycler-View weitergegeben wird, um einen Eintrag innerhalb dieser Liste zu rendern. Und das ist eine ganz einfache Klasse, die erbt von Recycler-View.View-Holder. Das ist die Klasse, von der wir diesen View-Holder ableiten. Wir erstellen den Konstruktor. Der Konstruktor... Ist das der richtige Konstruktor? Moment. Eigentlich können wir unseren eigenen Konstruktor erstellen, weil wir eh später noch Informationen an den geben möchten. Also wir erstellen mal unseren eigenen Konstruktor. Unseren Bookmark-View-Holder. Der bekommt übergeben einen View. Und mit diesem View rufen wir den geerbten Superkonstruktor auf. Also ich bereite das jetzt schon mal vor, weil ich später beim Konstruieren von diesem View-Holder noch eine zusätzliche Information mitgeben möchte. Nämlich einen Listener, der darauf reagiert, wenn in dem View, das hier gekapselt wird, gewisse Aktionen ausgeführt werden. Und was ich weiß ist, dass ich in meinem Recycler-View diesen Bookmark-View-Holder immer erstellen werde mit einem View, den ich auf der Basis von dieser XML-Datei erstellt habe. Also bei diesem Inflating-Prozess wird diese Bookmark-View-Datei verwendet, um den View zu erstellen, der im View-Holder, im Konstruktor übergeben wird. Also das können wir schon mal im Kopf haben, auch wenn wir den Recycler-View als zweites erst implementieren. Wenn wir an diese Stelle ankommen, steckt hier drin in diesem View, in diesem Parameter, eine View-Instanz, die auf der Basis von dieser XML-Datei, diesem Bookmark-View, also diesem einzelnen Eintrag, erstellt worden ist. Um das mal ganz explizit zu machen, können wir uns das auch irgendwo abspeichern. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil die Implementierung von dem View-Holder das selber auch schon macht. Aber um es mal ganz deutlich zu machen, unser Bookmark-View-Holder verwaltet ein View und steuert oder kapselt so ein bisschen die Interaktion der Nutzer und Nutzerin mit diesem einzelnen Eintrag des Recycler-Views. Und das ist ein View, den wir im Konstruktor übergeben. Also der Recycler-Adapter wird später dieses View für den View-Holder erstellen. Und der speichert sich das oder kann sich das gerne in so einer Instanz-Variabel abspeichern, um dann immer die entsprechenden Aktionen, die an den verschiedenen Phasen der Interaktion notwendig sind, auf diesem View auszuführen. Lange Rede, kurzer Sinn. Bookmark-View-Holder, der verwaltet dieses eine View, das so ausschaut. Dann müssen wir irgendwann dem View-Holder sagen, dass er in diesem View, das er sich hier gemerkt hat, in der Instanz-Variabel, die Informationen von einem bestimmten Bookmark anzeigen soll. Das ist dieses Binding, was hier das Konzept von diesen Adaptern ist. Wir haben auf der einen Seite eine Klasse oder ein Objekt einer Klasse, das eine bestimmte Information innerhalb unserer App repräsentiert, auf dieser logischen Ebene. In unserem Fall ist das das Bookmark. Und wir haben dann irgendwelche Komponenten unserer Anwendung, das sind dann meistens diese Adapter oder eigentlich diese View-Holder, die die Informationen aus diesem Objekt extrahieren, die in einem View reinpacken oder das View, das vorbereitet ist, mit dem aktuellen State von diesem Bookmark aktualisieren, um dann das an den eigentlichen Recycler-View weiterzugeben, der das Ganze dann im User-Interface rendert. Und dieses Konzept, dieses Binding, das haben wir schon mal an anderer Stelle so realisiert, dass wir diesem View-Holder eine extra Methode geben, die hat keinen Rückgabewert, die heißt BindView und die bekommt eine Instanz von dieser Datumsklasse oder von dieser Informationsklasse übergeben, die an dieser Stelle im User-Interface angezeigt werden soll. Wir wollen den Bookmark anzeigen und wir übergeben diesem View-Holder entsprechend auch ein konkretes Bookmark. Und wenn wir jetzt wollen, dass dieser View-Holder an welcher Stelle auch immer eine neue Information anzeigt oder die in ihm dargestellten Informationen aktualisiert, rufen wir diese BindView-Methode auf, übergeben das aktuelle Bookmark, was dieser View-Holder anzeigen soll. Und was machen wir dann da drin? Wir schauen uns in dem View um, das wir hier verwalten. Wir kennen die FindViewById-Methode, die nicht nur in der Activity funktioniert, sondern die Sie auf jedem View aufrufen können. Sie erinnern sich an dieses ViewGroup-Konzept. Ein View kann eine ViewGroup sein, das heißt aus mehreren Unterviews bestehen. Und wenn das der Fall ist, dann finden wir diese Unterviews unter anderem, indem wir auf dem Elternelement, in unserem Fall diesen BookmarkView, ViewDefinedViewById-Methode aufrufen. Ich weiß ja, dass alle Views, die hier angezeigt werden, dieser Layout-Datei folgen. Und da kann ich zum Beispiel sehen, dass das Text, in dem der Titel angezeigt wird, diese ID hat und der Text, in dem die URL angezeigt wird, zum Beispiel diese ID hat. Das kann ich nutzen, um genau diese Stellen zu identifizieren innerhalb meines Views. Ich importiere mal ganz kurz die entsprechende Klasse und dann suche ich nach dem Bookmark-Title. Das ist dieser TextView hier, dieser TextView hier und wenn ich den ausgelesen habe, dann, ich speichere den mal in einer lokalen Variable, TextView, dann ist das mit dem Casting nicht so ein großes Problem. TitelView ist gleich BookmarkViewFindViewById für dieses Bookmark-Title. Das gleiche mache ich nochmal für den URL-View. Auch hier wieder greife ich auf dieses View zu. Ich suche nach einem bestimmten View innerhalb meines Elternelements. Das ist dann an der Stelle Bookmark-URL, also das zweite View, was in diesem Layout drin ist. Und nehme diese beiden Views und setze die Informationen, die da angezeigt werden, über die SetText-Methode neu. Und zwar nehme ich die Informationen, die aus dem Bookmark kommen, das ich als Parameter übergebe und trage die jetzt im User-Interface ein. Das mache ich für beide Komponenten, nämlich einmal die URL und den Titel. Und die URL, die liegt im Bookmark nicht als String vor, sondern als Instanz von dieser ominösen URL-Klasse. Und damit kann die SetText-Methode vom TextView nichts anfangen. Was aber kein Problem ist, weil die toString-Methode aufgerufen auf diesen URL-Instanzen uns die URL ganz normal als Text wieder zurückgibt. Ich muss eine Sache noch implementieren auf dieser Ebene, denn am Ende soll ja in unserer App, wenn auf einen dieser Einträge geklickt wird, der dann im RecyclerView angezeigt wird, ja was passieren. Also wenn ich hier auf den Eintrag später klicke in meiner Liste, dann möchte ich, dass das so ausgewählte Bookmark dann auch im Browser wieder angezeigt wird. Also das ist dieser zweite Schritt. Bookmark oder URL und Titel kommen aus dem Browser in unsere Anwendung rein. Wir fangen das ab und wir sind jetzt gerade dabei, die so gespeicherten Bookmarks dann im User-Interface anzuzeigen. Der nächste Schritt wäre aber, dass wir dann ja auch aus unserer App wieder herausgehen, wenn jetzt eins dieser gespeicherten Bookmarks auch wieder angeklickt wird. Und dazu müssen wir wissen, wenn unsere Nutzer und Nutzerinnen auf dieses Element draufklicken. Und das kann ich auch in dem View-Holder machen. Ich kann nämlich in dem Moment, wo dieser View-Holder erstellt wird und wo ich dieses Bookmark-View übergeben bekomme oder dieses View übergeben bekomme, um das sich der View-Holder kümmern soll, auf diesem Bookmark-View auch einen zum Beispiel OnClickListener registrieren. Also ich kann, wenn ich diesem View-Holder das View übergebe, um das er sich kümmern soll, in dem Moment dann auch dafür sorgen, dass dieser View-Holder informiert wird, wenn die Nutzer und Nutzerinnen auf diesen ganz konkreten View klicken. Also der View-Holder, der verarbeitet die Click-Events oder diese Touch-Events auf dem View, um das er sich kümmern soll. Und das machen wir jetzt mal ganz einfach. Wir machen aus unserem View-Holder, Augenblick, ich komme gleich zu der R-Klasse, wir sorgen ganz kurz dafür, dass unsere Bookmark-View-Holder-Klasse ein OnClickListener wird. Also wir implementieren dieses Interface, was Android benutzt, um einen Rezipienten für so einen Click-Event zu kennzeichnen oder einen Listener oder Observer für diesen Event kennzeichnet. Und dann machen wir im Konstruktor nichts anderes als zu sagen, dieses Bookmark-View, was wir hier verwalten, das soll, wenn es angeklickt wird, uns die Meldung zurückgeben. Und jetzt haben wir diesen Click-Event, der dann möglicherweise auf diesen Einträgen unserer Liste passiert, zumindest schon mal im View-Holder. Ganz kurz zu der R-Klasse. Diese R-Klasse, das ist diese Ressourcen-Liste mit allen möglichen IDs, die Sie an welchen Stellen auch immer in Android mal angegeben haben. Also wenn Sie irgendwelche Draw-Bilds erzeugen, tauchten die irgendwo in dieser Liste auf. Wenn Sie Values, Strings oder sowas angeben, kommen die in diese Klasse rein. Oder wenn Sie in Ihren Layout-Dateien solche IDs vergeben. Und diese Klasse, die wird automatisch generiert. Also da müssen Sie, die müssen Sie gar nicht anlegen. Die sollen Sie auch auf keinen Fall anlegen oder irgendwie verarbeiten oder bearbeiten. Sondern das ist eine Klasse, die Android aus all diesen Informationen, die sich irgendwo in Ihrer App finden, generiert. Und Sie müssen die nur an manchen Stellen importieren und können dann auf die entsprechenden, wie jetzt in unserem Fall, IDs zugreifen. Also müssen Sie nicht irgendwie erstellen, müssen Sie nicht irgendwo anlegen, sondern das macht Android für Sie. Und da landen alle Informationen, die Sie in den XML-Dateien von Ihrer Android-App abspeichern. Können wir zum Beispiel auch auf solche Sachen zugreifen, wie irgendwelche Strings, die irgendwo in diesen Ressourcen-Dateien abgelegt werden. Oder auf die, ganz kurz, erst mal Identifier für diese Strings. Sind nicht die eigentlichen Strings drin, sondern die Verweise, die man dann mit den Get-Resources-Methoden zum Beispiel auslesen kann. Aber müssen Sie nicht machen, wird automatisch für Sie generiert. Was ich jetzt gerne hätte, wäre irgendwie eine Möglichkeit, dass ich aus diesem View-Holder den Moment, in dem dieser View angeklickt wird, nach außen kommuniziere. Und dazu brauche ich wieder so ein irgendwie geartetes Listener-Konzept oder irgendwie so eine Implementierung von dem Observer-Prinzip. Und ich mache es jetzt ganz, ganz einfach. Also, wenn Sie es schöner machen möchten, dann machen Sie es gerne. Auch anders, ich implementiere in dem Bookmark-View-Holder ein Interface. Oder ich erstelle dieses Interface, implementiert wird es dann an einer anderen Stelle. Das heißt einfach nur Bookmark-View-Holder-Listener. Also, ganz unkreativ jetzt so spät am Abend. Und dieses Interface gibt eine Methode vor. Und wir kommunizieren an die angeschlossenen Observer, welches das wievielte Element in dem Recycler-View angeklickt worden ist. Und wenn wir diesen View-Holder erstellen, dann übergeben wir neben dem View, deshalb unser personalisierter Konstruktor, auch einen solchen Listener. Also wir erstellen den View-Holder, sagen ihm, kümmere dich bitte um diesen View. Und falls irgendwas Interessantes passiert, spreche bitte diesen Listener an. Den übergeben wir im Konstruktor. Den speichern wir uns dann auch in einer entsprechenden Instanzvariable. Private. Das kann Final sein. Das hier wahrscheinlich auch. Ja genau, das kann natürlich auch Final sein, weil wir es direkt im Konstruktor setzen und nirgendwo anders irgendwie überschreiben. Das wird unser Bookmark-View-Holder-Listener. Super explizit und langer Name, aber sagt aus, was er tun soll. Und wenn wir den gespeichert haben, dann können wir in der On-Click-Methode darauf zugreifen und den informieren. Das ist jetzt ein bestimmter View angeklickt worden ist. Und wir würden gerne sagen, der wievielte View oder der wievielte View-Holder das tatsächlich war. Und diese Informationen, die bekommen Sie raus, wenn Sie die Methode getBindingAdapterPosition aufrufen. Da ist jetzt vielleicht ein bisschen Erklärung notwendig. Dieser View-Holder, der ist ja Teil von einem Adapter, den wir gleich noch implementieren. Also wir implementieren gleich diesen Recycler-Adapter. Und der Recycler-Adapter gibt mehrere View-Holders an die angeschlossenen Recycler-Views weiter, damit die dann die Views, die in diesem View-Holder drin sind, anzeigen können. Kompliziert oder hört sich komplizierter an, als es ist. Und das Ganze basiert auf der Idee, dass der Adapter irgendeine Datenstruktur hat. Und jedes Item dieser Datenstruktur wird durch einen View-Holder repräsentiert. Und diese Position des Elements, das durch diesen View-Holder repräsentiert wird, das wird auch beim Erzeugen oder bei der Sortierung von diesen View-Holdern verwendet. Und der View-Holder selber, der kann über diese Methode hier auslesen, welche Position innerhalb des Adapters, innerhalb der Datenstruktur des Adapters er repräsentiert. Da kann ich auf die eigentliche Information zugreifen, wenn wir das nicht irgendwie noch anders implementieren, aber der View-Holder weiß quasi, an welcher Stelle er steht. Und wenn wir jetzt irgendjemandem sagen möchten, hallo, es wurde jetzt gerade ein bestimmter View-Holder angeklickt mit einem bestimmten Lesezeichen, dann können wir diese Information, wie viel der View-Holder wurde angeklickt, hierdurch auslesen. Und über dieses sehr einfache Interface geben wir das dann nach außen. Also unser View-Holder ist so implementiert, dass er ein bestimmtes View kapselt, mit der BindView-Methode dafür sorgt, dass in diesem View ein bestimmter Zustand eines Bookmark-Objektes angezeigt wird, fängt selber die Klicks auf dieses View ab und sorgt dann dafür, dass, wenn da draufgeklickt wird, ein angeschlossener Bookmark-View-Holder-Listener dann darüber informiert wird, welches Element ausgewählt wird. Und genau diesen Adapter, den implementieren wir jetzt auch noch. In unserem UI-Package eine neue Klasse, Bookmark-Adapter vielleicht. Und diese Klasse erbt von RecyclerView.View-Holder. Nein, von RecyclerView-Adapter natürlich, Entschuldigung. Und wir übergeben die Art von View-Holder, die wir unterstützen möchten, als Typ-Attribut in der entsprechenden Klassensignatur. Das heißt für uns, wir müssen jetzt auch wieder eine ganze Menge von Methoden implementieren, aber die werden für uns generiert, wenn wir entsprechend diese Autogenerierungsfunktion von Android Studio nutzen. Da sind ganz, ganz viele Annotationen drin. Ich glaube, die können wir gleich langsam entfernen, wenn wir den spezifischen Teil von diesem Adapter selber implementieren. Mal ganz kurz zusammengefasst, was sind die Methoden, die so ein Adapter anbieten muss. Der muss angeschlossenen Views sagen, wie viele Items angezeigt werden. Der muss dafür sorgen, dass wir eine Möglichkeit haben, wenn ein bestimmter View-Holder mit Informationen versehen werden soll, also wenn sich da irgendwas aktualisiert hat an den Daten, weil, oder wenn Recycler-Views aktualisierte Daten anfordern, wir entsprechend aus einer bestimmten Stelle der in diesem Adapter gespeicherten Daten, das in unserem Fall Bookmark, dann auslesen und den View-Holder, der hier angesprochen wird, dann mit diesen Daten aktualisieren. Und wenn das erste Mal ein bestimmter View-Holder angefordert wird, dann müssen wir den über diese OnCreate-View-Holder-Methode auch hier drin erstellen. Also das sind so die drei Stellen des Adapters, die wir umsetzen müssen. Und was wir auch machen müssen, ist irgendwie dafür sorgen, dass dieser Adapter weiß, was er denn eigentlich verwaltet. Und das machen wir in dem Fall, indem wir auf Klassenebene eine Instanzvariable in der Klasse erstellen vom Typen ArrayList. In der ArrayList wollen wir Bookmarks speichern und das wird die Datenstruktur, die dieser ganz konkrete Adapter verwaltet. Die müssen wir irgendwo initialisieren und das machen wir in dem Konstruktor. Das heißt, wir erstellen uns für unseren ganz konkreten Bookmark-Adapter einen Konstruktor. Der hat im Moment noch keine Parameter und der macht im Moment nichts anderes, als in dieser ArrayList eine neue ArrayList zu erstellen vom entsprechenden Typen Bookmark, was aus der Deklaration der Variable abgeleitet wird. Also unser Bookmark-Adapter verwaltet eine Liste von Bookmarks und kümmert sich darum, das passende View-Holder für das Anzeigen von diesen Lesezeichen generiert und an den Recycler-View übergeben wird. Dann müssen wir zu einem gegebenen Zeitpunkt diese Information in dem Adapter irgendwie auffrischen und das können wir auch, haben wir auch schon häufiger gemacht, mit so einer öffentlichen Funktion machen. Set Bookmarks, die kriegt eine ArrayList übergeben an Bookmark-Objekten und was wir machen, wenn diese Methode aufgerufen wird, ist nichts anderes als unsere eigene Liste zu überschreiben und angeschlossene Recycler-Views darüber informieren, dass sich jetzt die Daten, die in diesem Adapter gehalten werden, geändert hat, verändert haben. Wenn Sie sich erinnern, wir wollen eigentlich nicht, dass der Adapter eins zu eins die Daten verwaltet, die auch in der Datenschicht unserer Anwendung gespeichert werden. Das heißt, wenn wir jetzt aus der Activity heraus diese ArrayList aktualisieren und dann auch dem Adapter übergeben, dann sollten wir in einer produktiv genutzten App vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass das Kopien sind von der ArrayListe. Wir sollten auch nochmal ganz sicher sein, dass hier im besten Fall so ein Immutable verwendet wird. Das machen wir jetzt alles nicht. Und ich sage Ihnen deshalb, dass der Code, der jetzt hier so langsam entsteht, nicht den Ansprüchen einer produktiv eingesetzten Android-App genügt oder sollte nicht genügen. Das ist vielleicht eher das bestimmte Apps, die so programmiert sind. Aber es sollte eigentlich nicht so sein. Und eine ganz wichtige Information ist, der Adapter weiß zwar, welche Informationen er jetzt an eine angeschlossene RecyclerView weitergeben soll, also was hier drin gespeichert ist. Aber das sollte niemals eins zu eins das sein, was dann auch irgendwo in dem Model ihrer Anwendung oder in der Datenschicht gespeichert wird. Wir können das jetzt erstmal so belassen. Okay, dann können wir hier mal ein bisschen aufräumen in diesen Methoden. Die GetItemCount-Methode, die gibt jetzt immer 0 zurück, aber die soll ja eigentlich zurückgeben, wie viele Bookmarks in diesem Adapter gespeichert sind. Und dementsprechend geben wir da einfach die Size-Methode zurück. Dann diese OnBindViewHolder-Methode. Diese Annotation, die lösche ich, glaube ich, einfach mal raus. Ja, ich glaube, das kann man einfach mal rauslöschen. Ich glaube, hier genauso. Keine Ahnung, warum die jetzt genau da drin ist. Müssen wir vielleicht nochmal anschauen, was da für Code generiert worden ist, weil so soll das eigentlich ausschauen. Und in dieser ersten Methode, das ist jetzt für uns erstmal die interessantere, wenn nämlich ein neuer ViewHolder erstellt werden soll, dann erstellen wir uns erstmal den View, der in diesem ViewHolder verwaltet werden soll. Und zwar machen wir das, indem wir den Layout-Inflator uns holen, also dieser Service oder diese Komponente des Android-Frameworks, die aus einer XML-Datei einen richtigen View, also ein Objekt, was dann eine im User-Interface als auch anzeigbare Instanz dieser in XML ja nur abstrakt formulierten User-Interface-Komponente erstellt. Und den erstellen wir uns, indem wir auf das Eltern-Objekt, auf die ViewGroup zugreifen, in das dieser neue ViewHolder integriert werden soll. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann der RecyclerView selber. Da holen wir uns den Kontext und nutzen die Inflate-Methode. Warum funktioniert das nicht genau? Ich muss ganz kurz überlegen. Ah, genau. Der Layout-Inflator, der endet hier. Und dann können wir die Inflate-Methode aufrufen. Wir gehen es gleich nochmal Schritt für Schritt durch, damit Sie sehen, wie diese ganze Zeile aufgebaut ist. Aber jetzt mache ich erstmal den Inflate-Teil. Ich greife auf mein Layout zu, was ich vorbereitet habe, und zwar dieses Bookmark-View. Also diese XML-Datei, die so einen einzelnen Eintrag in der Liste repräsentiert. Dann sage ich noch, wo dieses neue View eingegliedert werden soll, nämlich in den Parent. Und mit dem letzten Attribut stelle ich erstmal sicher, dass das nicht automatisch zum Root hinzugefügt wird, also zu der View-Group oder dem Wurzelverzeichnis von unserem User-Interface, weil das der View-Holder dann selber macht. Und mit diesem View erstelle ich einen neuen Bookmark-View-Holder, den ich dann auch direkt zurückgebe. Und Sie erinnern sich, wir haben den Bookmark-View-Holder so implementiert, dass im Konstruktor der View gefragt ist, also welches User-Interface-Element soll der View-Holder verwalten, und wir brauchen so einen Bookmark-View-Holder-Listener, der dann darüber informiert wird, wenn eines dieser Elemente, das dann angezeigt wird, im RecyclerView angeklickt wurde. Das heißt, wir müssen jetzt aus dem Bookmark-View-Holder diese Information erstmal weitergeben. Im Moment ist der Adapter die einzige Stelle in unserer Anwendung, die was mit diesen View-Holdern zu tun hat, weil nur in dem Adapter werden diese View-Holder erstellt und verwaltet. Und deshalb machen wir jetzt erstmal, oder fangen wir diese Information, die aus den View-Holdern eingeht, erstmal auch im Adapter ab. Das heißt, unser Adapter implementiert aus unserer Bookmark-View-Holder-Klasse den entsprechenden Listener, den wir da erstellt haben. Also wir haben in dieser Klasse zusätzliches Interface implementiert. Sehen Sie hier diese ganz einfachen On-View-Click-Methode. Wir machen unseren Adapter zu einem solchen Holder-Listener, implementieren dafür die notwendige Methode. Und dann können wir immer, wenn wir einen neuen View-Holder erstellen, diesen Adapter selber als Listener übergeben und werden dann hoffentlich hier an dieser Stelle darüber informiert, wenn auf diesen View dann tatsächlich geklickt wird. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Wir müssen jetzt erstmal hier in dieser On-Bind-View-Holder-Methode dafür sorgen, dass dann auch die richtigen Lesezeichen an der richtigen Stelle im User-Interface angezeigt werden. Und das passiert in dieser On-Bind-View-Holder-Methode. Da kriegen wir gesagt, das hier ist der View-Holder, der gerne neue Informationen anzeigen wollen würde. und das ist die Stelle, an der dieser View-Holder im Recycler-View auftaucht. Also 0, 1, 2, 3 für das erste, der zweite, den dritten Eintrag. Mit der Information können wir uns aus unserer Array-Liste auslesen, um welches Lesezeichen es jetzt konkret geht. Das heißt, ich weiß erstmal auf der Datenebene, welches Lesezeichen jetzt relevant ist, indem ich in meine Array-Liste reinschaue und mir genau das Item raussuche, was an der entsprechenden Position ist, innerhalb meiner Datenstruktur, an der auch der View-Holder, der jetzt diese Information anzeigen möchte, positioniert ist. Und wenn ich dann so das Lesezeichen mit der gleichen Position ausgelesen habe, gegenüber dem View-Holder, der da auch eine bestimmte Position hat, dann kann ich auf diesem View-Holder die Bein-View-Methode aufrufen, die wir vorbereitet haben und übergebe das Bookmark, was ich ausgelesen habe. Also, ich kriege gesagt, der dritte View-Holder, was dann, weil wir Informatikerinnen irgendwie sind und immer bei 0 anfangen zu zählen, warum auch immer, dann die Positions-ID 2 hat, 0, 1, 2, ist die Positions-ID für den dritten Eintrag. Diese Position wurde aus welchen Gründen auch immer aktualisiert oder soll aktualisiert werden. Wir fischen aus unserer Array-Liste das passende Lesezeichen raus und übergeben das dem View-Holder und der zeigt dann die Informationen, die in diesem Bookmark drinstehen, tatsächlich im User-Fair-Interface an, in dem die passenden Textviews ausgewählt werden und an die entsprechenden Stellen oder in diese Textviews dann die entsprechenden Informationen aus der Lesezeichen-Instanz eingefügt werden. Wir können das mal ausprobieren, ob das funktioniert, so halbwegs. Wir gehen mal in unsere Activity und ich erstelle mal so eine In-it-UI-Methode, also diesen Vorgang so ein bisschen auszulesen, auszulagern. Da kommt die Set-Content-View Methode rein. Dann brauche ich als Instanzvariable wahrscheinlich den Adapter, den Bookmark Adapter. Den muss ich in der Init-UI-Methode initialisieren. New Bookmark Adapter. Die Init-UI-Methode sollte ich vielleicht auch aufrufen, sonst wird das nichts. Und dann brauche ich meinen RecyclerView. Der ist hier und der hat die ID Bookmark List. Den hole ich mir jetzt ganz klassisch an dieser Stelle in meinen Code. Ich erstelle Stanzvariable, neue lokale Variable für den RecyclerView. den versuche ich zu finden, indem ich auf das User Interface zugreife, was die Activity gerade anzeigt. Das habe ich ja hier mit der Set-Content-View-Methode gesetzt und ich greife drauf zu, indem ich die Bookmark-List als ID auswähle. Und dann sage ich dem RecyclerView, dass es den Adapter, den ich gerade eben erstellt habe, als Adapter verwenden soll. Viel mehr ist da gar nicht hinter. Wir verknüpfen View mit Adapter, das Konzept kennen Sie mittlerweile. Dann habe ich das User Interface erstmal vorbereitet und wenn ich dann ein neues Bookmark einfüge in meine Array-Liste, das mache ich ja hier an dieser Stelle, dann sage ich jetzt zusätzlich dem Adapter dass sich die Daten geändert haben und übergebe ihm eine neue Instanz von meinem Bookmark, eine neue Version von meiner Bookmark-Liste, indem ich den Inhalt von dieser Array-Liste jetzt an die Set Bookmarks Methode von meinem Adapter übergebe. Der speichert sich das dann, ruft diese Notify Dataset Changed Methode auf, informiert damit die angeschlossenen Views und dann sollte alles im User Interface angezeigt werden. Sollte. Probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Ich starte meine App neu. Ich schaue mal ganz kurz rein, ob ich schon irgendwelche Fehler bekomme. Schaut noch gut aus. Jetzt gehe ich in den Browser und teile wieder diese Seite mit meiner App und Sie sehen, hier erscheint jetzt plötzlich der richtige Eintrag. Meine App generiert aus diesem Intent, das haben wir gerade schon gesehen, ein Bookmark, speichert das in dieser Area-Liste, gibt es an den Adapter weiter und dann wird das an dieser Stelle angezeigt. Wenn wir jetzt ein zweites Lesezeichen erstellen, weiß ich nicht, schreiben Sie mal irgendeine Universität rein, an der Sie studieren oder irgendeine Hochschule, kann ich nämlich in der Zeit was trinken. Der Erste, der was schreibt, wird jetzt berühmt. Woher kommen Sie denn? Ist irgendjemand dabei, der nicht in Regensburg studiert? Wollen Sie nicht schreiben, dann überlege ich mir irgendwas. Hier, TU Dresden, okay, TU Dresden, Dresden.de und das speichern wir uns auch als Lesezeichen, teilen das wieder mit unserer Bookmarks App. Wir teilen das mit unserer Bookmarks App und dann wird auch dieses Lesezeichen angezeigt. Da die Activity neu gestartet wird, wird natürlich auch die Area Liste zurückgesetzt. Das heißt, ohne eine Persistenzschicht in Form von einer Datenbank etc., würde das leider oder funktioniert das noch nicht. Aber Sie sehen, es funktioniert auch mit anderen Lesezeichen. was ich jetzt noch gerne implementieren möchte, bevor wir wahrscheinlich für heute aufhören, ist, dass dieser Intent jetzt gestartet wird, dass ich aus meiner App auch wieder auf den Inhalt dieses Lesezeichens zugreifen kann, indem ich das Ganze im Browser öffne. Und wir wissen ja schon, dass geht, also der fängt ja diese Klicks ab, gibt das weiter und es landet dann im Adapter in dieser Methode. Der Adapter kriegt damit, welcher View angeklickt worden ist. Und jetzt müssen wir das noch eine Ebene wieder zurückgeben. Jetzt müssen wir nämlich diese Information, dass der View angeklickt worden ist, wieder aus dem Adapter rausgeben, in der Form, dass wir sagen, es wurde jetzt ein bestimmtes Lesezeichen angeklickt. Also der View Holder sagt, mein View wurde angeklickt und ich repräsentiere diese Position innerhalb des Recycler Views oder innerhalb des Adapters, das ist vielleicht ein bisschen logischer. Der Adapter kriegt das mit, mit dieser Methode, wir implementieren ja das Interface, was wir geschrieben haben, machen uns selber zu so einem Bookmark View Holder und sagen jedem neuen Bookmark View Holder, das wir jetzt als Adapter dieser Rezipient für diesen Click-Event oder für quasi dieses Ereignis sind. Wir können jetzt zum Beispiel rausfischen, welches Bookmark in Anführungsstrichen angeklickt worden ist, indem wir uns wieder aus unserer Array-Liste das passende Element raussuchen. Also wir machen aus dieser Es wurde irgendeinem View angeklickt, sehr generischen Informationen, die keiner interessiert, die Information, es wurde ein bestimmtes Lesezeichen angewählt, indem wir die Position innerhalb der Liste wieder nehmen, um auf den entsprechenden Eintrag in der Datenstruktur zuzugreifen. Und jetzt möchte ich diese Information, es wurde ein bestimmtes Bookmark ausgewählt, aus dem Adapter wieder in die Activity geben. Das machen wir wieder mit so einer Listener-Schnittstelle. Wir ergänzen auch in dem Adapter ein neues Interface Bookmark Adapter Listener mit einer Methode vielleicht erst mal On Bookmark Selected. In diesem Adapter wurde ein Lesezeichen ausgewählt und dieses Lesezeichen, das übergeben wir auch als Parameter an die Interface-Methode. Jetzt machen wir das gleiche Spiel wieder. Wenn dieser Adapter erstellt wird, dann übergeben wir einen Listener, also wir machen immer dieses 1 zu 1 Matching. Ein Observable hat genauer ein Observer, das ist nicht die richtige 100% Implementierung von dem Observer Interface, so wie Sie es in der Literatur und in der Praxis finden, sondern quasi so eine verkürzte Variante. Es gibt genau einen Rezipienten, der sich irgendwie für diese Statusereignisse, Statusveränderungen in dem Bookmark Adapter interessiert. Den speichern wir uns, wenn wir den im Konstruktor übergeben in einer entsprechenden Instanzvariable. Die natürlich auch dann entsprechend anlegen und wenn dann einer unserer Views angeklickt worden ist und wir in der OnView Click Methode erstmal von dem View Holder informiert sind, wurden sind, dass ein bestimmtes Lesezeichen angeklickt wird, dann fischen wir uns das passende Bookmark dazu raus und informieren unseren Listener dann, dass genau dieses Lesezeichen angeklickt worden ist und wer ist jetzt der Listener der darüber informiert wird das ist dann unsere Activity die an der Stelle das entsprechende Interface implementiert wir überschreiben die Methode und zwar diese hier und kriegen dann hoffentlich mit es wurde jetzt ein bestimmtes Lesezeichen ausgewählt und das müssen wir aber noch vervollständigen indem wir in dem Moment wo der Bookmark Adapter erstellt wird und selber als Listener eintragen jeder Adapter hat genau einen Listener der informiert werden soll wenn eins dieser Views angeklickt wird das sind jetzt wir als Activity und hier kriegen wir mit dass jetzt quasi schließt sich langsam der Kreis ein bestimmtes ein bestimmter Eintrag aus dieser Liste ausgewählt worden ist und um es jetzt ganz kurz zu machen wir müssen eigentlich gar nicht mehr so viel tun wir müssen eigentlich nur die URL auslesen aus diesem Lesezeichen und einen ganz einfachen Intent starten der geht dann in die Breite also das ist ein impliziter Intent der einfach sagt wir haben hier eine URL und die würden wir gerne uns anschauen gibt es irgendwie eine App auf dem Android System das damit was anfangen kann und den Intent starten wir dann wieder aus unserer eigenen App heraus wie funktioniert das wir erstellen einen neuen Intent wir sagen es handelt sich um den Intent der Action View glaube ich genau Action View heißt oder Action View repräsentiert also soll ein Content angezeigt werden der Content ist eine URI das ist nochmal eine zusätzliche Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit solche Identifier zu erstellen oder zu repräsentieren die auf bestimmte Dateien oder Ressourcen verweisen eine URL ist wenn sie so wollen eine bestimmte Form einer URI weil es um Ressourcen geht die im www bereitgestellt werden aber so eine URI die könnte auch auf irgendwie eine Datei auf dem Rechner oder auf der Plattform hier auf dem Android Gerät verweisen also eine URI ist so eine generische Möglichkeit eine Ressource eindeutig zu identifizieren eine URL wäre die Möglichkeit eine Datei oder eine Ressource innerhalb des www ganz konkret zu repräsentieren wir können unsere URL umwandeln indem wir die Pass Methode von dieser URI aufrufen von dieser URI Klasse ist eine statische Methode die wir auf der Ebene aufrufen können und wir übergeben der als Parameter aus unserem Bookmark die URL die da drinsteckt als String und diesen Intent den schicken wir ab mit der Start Activity Methode und übergeben den Intent den wir hier erstellt haben den speichern wir uns aber damit das funktioniert vorher nochmal in einer lokalen Variable das hier ist alles was sie tun müssen um aus ihrer App heraus jetzt diese URL die sie in diesem Bookmark gespeichert haben dann auch wieder in einer anderen App die irgendwas damit anfangen kann zu öffnen also wir kriegen jetzt von unserem User Interface gesagt es wurde ein bestimmtes Bookmark in dieser Liste ausgewählt wir fischen uns die URL raus machen daraus eine URI weil dieser Action View Intent theoretisch nicht nur was im WWW ansteuern kann sondern beliebige Dateien die sie auf ihrem Android Gerät haben und das Android Gerät schaut dann wer ist standardmäßig dafür zuständig diese Art von Information anzuzeigen wir haben hier eine URL die wir übergeben damit ist der Browser standardmäßig dafür zuständig und wenn wir dann diese Activity diesen Intent starten dann verlassen wir wieder unsere eigene App und übergeben das wieder den anderen Apps die auf dem Betriebssystem installiert sind und das möchte ich zum Abschluss jetzt noch zeigen ich starte die App nochmal ich wechsel in die entsprechende Seite und wir speichern uns nochmal den das Lesezeichen zu der TU Dresden ich gehe mal ganz kurz in den Browser damit es irgendwie deutlicher wird nochmal zur Uni Regensburg Seite also wir surfen jetzt ein bisschen rum und dann fällt uns ein spinnt gerade der Emulator ein bisschen überfordert von den ganzen Bookmarks so dann haben wir rum gesurft und dann fällt uns ein ja Regensburg ist toll aber die Uni Dresden Technische Universität die ist ja vielleicht noch toller und ich wollte da doch noch was nachschauen gut dass ich mir ein Lesezeichen gemerkt habe weil diese URL ist so kompliziert die kann ich mir nicht merken ich wechsel wieder in meine Bookmark App ich habe irgendein Problem mit dem State von meiner App gerade warum ist das so ich glaube es liegt hier dran ok ich muss meine Story leicht anpassen sorry aber ich möchte Ihnen kurz zeigen dass es funktioniert die Uni Regensburg die ist so toll ich speichere mir in meiner Bookmark App und ich habe spontan sofort wieder vergessen was auf dieser Seite ist möchte mir die nochmal anschauen deshalb klicke ich auf diesen Button drauf und dann wird oh Wunder die gleiche Seite nochmal geladen weil ich diesen Klick abgefangen habe der ist über diese Kette an Interaktionen in meiner Android Activity in meiner Original Activity in der App wieder angekommen ich habe mir den Intent erstellt der dann diese URL die in diesem Bookmark gekapselt ist wieder rausschickt an alle möglichen Apps die auf dem Android Gerät installiert sind und irgendeine findet sich dann die Standard App die URLs anzeigt ist der Browser und zeigt das Ganze dann im Browser wieder an an der Stelle soll es das erstmal für heute gewesen sein mal schauen wann wir den zweiten Teil machen können entweder am Freitag oder wir machen am Freitag mit dem nächsten Thema dann weiter das überlege ich mir im Laufe der nächsten Tage ich kann noch mal ganz kurz zusammenfassen was wir jetzt tun müssten müssen uns auf jeden Fall Gedanken über das Software Design machen wo wir jetzt diese Verwaltung von den Bookmarks innerhalb unserer Anwendung genau unterbringen und müssten dann wenn wir das verortet haben uns anschauen wie wir das Ganze auch in einer Datenbank persistieren damit wir nicht immer diese Probleme haben dass plötzlich die Bookmarks verschwinden und wenn wir das gemacht haben dann haben wir ein Proof of Concept für unsere App erledigt und könnten uns überlegen wie wir das Ganze vielleicht durch weitere Funktionen ergänzen damit es dann auch noch ein bisschen mehr ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit danke auch fürs Nachschauen ob es irgendwo diese Mime-Types gibt auch wenn es jetzt nirgendwo gefunden ist ich nehme mal an dass wenn man es wirklich nirgendwo findet vielleicht irgendwo eine Konstante oder so anzulegen die beste Entscheidung wäre oder sich ganz grundsätzlich Gedanken darüber zu machen wie man das an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen anders strukturiert aufbauen kann aber danke auf jeden Fall fürs dann am Freitag wieder zum regulären Termin um 8.30 in der Früh mit dem nächsten Thema das war's für heute schönen Abend noch und auf Wiedersehen aus das war's für heute das war's das war's